Und genau, mein Titel heute, und zwar bin ich so, ich bin ja titelkreativ, also überhaupt nicht, und dann habe ich überlegt, was für einen Titel könnte ich eigentlich nutzen für die Predigt heute, was nutze ich gern, ich hatte die Predigt fertig geschrieben und so, wie könnte ich den Titel nennen, und dann war es so, eigentlich in Summe ist es so, krieg dein Leben auf die Kette, ja, und dann habe ich gedacht, dein Leben auf die Kette bringen, habe ich so gedacht, nennen wir den Titel mal, ja, als wäre es nicht erkennt, das ist eine Fahrradkette, darum kriegen wir unser Leben auf die Kette, und ich sehe so, in unserer heutigen Gesellschaft, oder, da haben wir so eine, ich weiß nicht, wenn du in Social Media unterwegs bist und so weiter, überall siehst du so diese Selbstverwirklichung, oder, so überall diese Trends, so the best version of yourself, kennt ihr das auch, so ein bisschen so, hey, das Beste von mir und meiner Seite und irgendwie so ich im Mittelpunkt und es geht alles in meinem Leben um mich, und hey, be real, sei du selbst, und es witzig ist, keiner kriegt es halt hin, oder? Ja, so, je mehr sie im Instagram sind, umso unrealer sind sie ja, oder? Weil sie irgendwie nur Skype posten, so, wow, mein Leben ist so real, hier, guck mal, mein Essen, voll real, mein Essen, wo ich denke, du hast zehn Minuten gebraucht, um das scheiß Essen so hinrichten, ja, dass du es fotografieren kannst, so unreal, ja, und ist ja egal, also, so irgendwie, einer, keiner tut's, und, keine Ahnung, dann schauen wir auch mal so dieser Work-Life-Balance-Wahn, oder, wo alle so auf diesem Trip sind, keine Ahnung, jeden Fünften, den du fragst, der muss irgendwo nach Indien auf irgendeine spirituelle Reise, dass er endlich seine meditative Mitte findet, ja, kennt ihr das auch, oder, so ein bisschen, oder, dann denkt man, oh, vielleicht schickt man das ja anders hin, vielleicht reicht ja, wenn ich durchs Einkaufszentrum laufenden Buddha kaufe, ja, vielleicht bringt das mir irgendwie eine Mitte in meine Wohnung, und, äh, irgendwie, keiner kriegt's richtig hin, und das Spannende ist ja, je mehr das Ganze kommt, umso höher wird die ganze Burnout und Depressionsrate und psychische Krankheiten und so, ja, also, irgendwie haut's nicht so ganz hin, oder? Und, ähm, und das ist schon ein bisschen eine Herausforderung, auch diese ganze Selbstverwirklichung, ein Ding, das hat vielleicht nicht so krass viel mit dem Thema zu tun, aber wo ich echt Pickel krieg, äh, wenn wir nach, nach New York schauen, oder, äh, dass da jetzt, äh, Abtreibung bis zum letzten Tag vor der Geburt erlaubt wurde, und das ist natürlich super krank, ja, wo ich so denke, ey, also, das ist einfach, also, also, und, und es wird gefeiert als Freiheitsrechte der Frau. Unter diesem Motto wird es so, die selbst, dass die Frau sich auch selbst verwirklichen kann, dass sie Herr über ihren eigenen Körper ist, darum kann sie das Kind bis zum Tag vor der Geburt abtreiben. Das musst du dir mal vorstellen, es ist einfach nur krank, ja, und, ähm, und, äh, also, ich hab's ja erlebt, als das Kind da rauskam, das war nicht anders am Tag, als es rauskam, als am Tag, wo es noch drin war, ja, und, äh, und es ist einfach nur Mord, mit der, mit dem Anliegen einfach selbst verwirklichen, ich, ich, mh, ich Herr über mein eigenes Ding, und keiner kriegt's auf die Reihe, ja, und, und, das ist so eine Sache, die ich so beobachte, und ich sag's so, hey, da haben wir aber als Christen eine Antwort, ja, das ist unser Jesus, ja, ähm, das hört sich jetzt fromm an, weil eigentlich ist es in Praxis gar nicht so, ja, ähm, weil, weil theoretisch ja, aber im Endeffekt, wenn wir auch mal so, jetzt mal uns, vielleicht auch die Christen sind hier drin, fragen, ist eigentlich dein Glaubensleben von sehr viel Frust geprägt. Ja, unser Leben, unser Glaubensleben besteht eigentlich sehr, sehr, sehr viel aus Frust darüber, dass ich eigentlich das, was ich erreichen möchte, nicht erreiche. Ich möchte eigentlich mehr beten, ich möchte mehr Bibel lesen, aber ich schaff's einfach nicht. Und dann sind wir frustriert, und dann, oh, hab ich wieder nicht gelesen, ach, dann lass ich's lieber ganz, und dann denk ich so, oh, vielleicht will Gott gar nicht so mit mir, oder dann gibt's so die klassischen Dinge, oder so, oh, meine Sünden, ja, so diese, diese Fehler, diese Dinge, die ich immer wieder tue, und ich weiß, es gefällt Gott nicht, und je mehr ich das mach und sich auf die Reihe krieg, umso mehr hau ich mich selber in die Pfanne und zieh mich dann wieder vor Gott zurück. Und eigentlich ist unsere ganze, eigentlich alle Dauerphase in unserem Glaubensleben ist im Endeffekt nur ein Frust über unsere Unfähigkeit, diszipliniert zu sein. Boah, hei, hei, jetzt muss ich mal Luft holen, ey. Ja, und ich seh, das ist sozusagen ein Problem, dass wir eigentlich unsere Ziele eigentlich nicht erreichen, dass wir eigentlich dort unser Leben nicht auf die Kette kriegen. Ja, das heißt, das Thema ist jetzt für dich, wenn du nichts mit dem Glauben zu tun hast, oder wenn du schon ewig langer Christ bist, ist dieses Thema heute für dich der Hammer. Ja, und zwar ist es vielleicht nicht so dieses klassisch geistliche Thema. Ich rede jetzt nicht über die klassisch, wo du so denkst, das Wort voll das geistliche Thema, aber ich sag eins, dein Leben auf die Kette zu kriegen, ist sowas von geistlich. Warum? Weil dein Leben, das du hier lebst, bestimmt deine Ewigkeit. Ich möchte echt ermutigen, mein halbes Skript ist rot und rot sind immer Golden Nugget-Sätze. Und darum schrei mit, ey, wirklich. Also ich bin heute echt Fan und ich muss schauen, ob ich das überhaupt in eine Message reinkriege. Vielleicht höre ich irgendwann zwischendrin auf und sage, in zwei Wochen geht's weiter. Und das ist eben, wo ich so sehe, deine Zeit, wie du dein Leben gestaltest, was für eine Frucht aus deinem Leben kommt, das bestimmt den Lohn im Himmel. Das heißt nicht, dass du gerecht gesprochen wirst vor Gott durch deine Werke, durch das, was du tust. Aber es gibt eben zum einen dieses, hey, bist du mit Jesus oder bist du nicht mit Jesus? Und das entscheidet, ob du in den Himmel oder Hölle kommst, sage ich mal so ganz klar. Wenn du Jesus dein Leben gibst, dann lebst du mit Gott. Und dann wirst du auch nach dem Tod weiter mit Gott leben. Das ist eine ziemlich gute Botschaft. Wenn du hier nicht mit Jesus eine Beziehung lebst und ihm dein Leben nicht gegeben hast, wirst du auch später nicht zu Gott kommen, du wirst in die Hölle gehen. Und das ist kein schöner Ort, weil es die Abwesenheit Gottes, das heißt Abwesenheit alles Guten und aller Liebe. Im Himmel ist es aber so, und das will ich ja schon seit zwei Jahren eine Serie machen, ICF München hat es gerade geschafft, da was zu machen, darum schaue ich mal, was die so predigen darüber, aber egal. Und wo es eigentlich, wo wir die Bibel voll haben von im Himmel, ist nicht einfach nur Himmel oder Nicht-Himmel, sondern im Himmel gibt es ganz viele Stufen. Und wenn es Stufen gibt, dann hat es auch was mit zu tun, dass es auch einen Himmel gibt, der richtig gut ist, und dann gibt es noch ein Perfektes quasi, und dann gibt es noch eine Perfektion von der Perfektion. Ja, und das ist auch was Schönes, und quasi das ist eigentlich abhängig von dem, was du hier auf die Kette bringst. Und das ist vielleicht ein bisschen eine Herausforderung. Dein Leben ist ein Ergebnis von deinem Zeitmanagement. Dein Leben ist ein Ergebnis von deinem Zeitmanagement. Ich möchte euch hier ein paar Bilder zeigen und möchte euch fragen, was haben diese Menschen alle gemeinsam? Können wir gerade mal hier ein paar Bilder durchlaufen lassen. Hier die Arbeiter, was haben wir dann hier, Mutter und Kind, dann haben wir hier so Businessleute, dann haben wir hier einen Obdachlosen, dann haben wir eine Hausfrau von einer Riesenfamilie, und dann Kinder, Jugendliche, was auch immer. Was haben die alle gemeinsam? Die haben alle 24 Stunden am Tag. Alle haben 24 Stunden am Tag. Wo sie heute stehen, ist ein Ergebnis von wie sie ihre Zeit gestaltet haben. Und das ist ein ziemlicher Challenge. Das heißt, da wo du heute stehst, ist ein Ergebnis davon, wie du dein Leben gestaltet hast. Jetzt ist das erste Zwölftel vom Jahr 2019 schon rum, oder? Das erste Zwölftel, das ist schon ein bisschen Zeit, der erste Monat. Schau mal zurück, was hast du diesen Monat gemacht, was hast du diesen Monat erreicht, was hast du diesen Monat verändert, und wo stehst du heute? Wo du heute stehst, ist ein Ergebnis von dem, wie du den letzten Monat gelebt hast. Ob du gefrustet bist drüber, ob du begeistert bist drüber, und es definiert auch, wie du jetzt vorplanst, wie es weitergeht bei dir. Das heißt, alle Menschen, ob Millionär oder Bettler, arm, reich, schwarz, weiß, was auch immer, haben alle dieselbe Zeit. Und wenn ich zum Beispiel mal anschaue, wenn du zwei Stunden am Tag fern siehst, oder am Instagram oder Social Media sitzt, oder was auch immer, Nachrichten schaust, oder was hat man noch so für Ideen, zocken, oder was auch immer für Beschäftigungen. Zwei Stunden am Tag ist nach einem Jahr, hättest du, wenn du jeden Tag zwei Stunden für sowas Zeit verbringst, hättest du in einem Jahr einen Monat dafür Zeit verbracht. Oder zwei Stunden ist ein Zwölftel vom Tag, oder 24 Stunden durch zwei ein Zwölftel, aufs Jahr ein Zwölftel. Das heißt, wenn du nur zwei Stunden für eine Sache am Tag verbringst, hast du fast deinen Zehnten deiner Zeit für etwas investiert. Und wo dein Zehnter reingeht, geht dein Herz rein. Das heißt, wenn dein Zehnter deiner Zeit ins Zocken, ins Fernschauen, in whatever reingeht, ist dort dein Herz. Und du siehst auch, was für ein Resultat rauskommt. Wie hättest du die Zeit anders gestalten können? Was wäre, wenn du zwei Stunden am Tag in Weiterbildung gesteckt hättest? Zwei Stunden am Tag ins Bibellesen? Zwei Stunden am Tag in Menschen was Gutes zu tun? Wo würdest du heute stehen? Unglaublich. Ich sage einfach ein paar Gedankenanstöße. Das heißt, dein Leben ist deine Zeit. Und alles, was deine Zeit einnimmt, nimmt deine Zeit. Verstanden? Alles, was deine Zeit einnimmt, nimmt deine Zeit. Darum frag dich, was nimmt deine Zeit ein? Und das ist heute mein erster Punkt. Ich habe drei Punkte. Der erste Punkt ist, werde Herr deiner Zeit. Werde Herr deiner Zeit. Ja, Gott soll doch der Herr meiner Zeit sein. Nee, Gott sagt, sei du Herr über deiner Zeit. Ja, so wir schieben als Christen ganz gerne so die Verantwortung so auf Gott ab. Oh Gott, mach halt du. Wo Gott sagt, nee, mach halt du. Ja? Oh Gott, hey, helf mir doch da. Nee, hey. Fang mal selber an, die Glotze auszumachen. Oh Gott, ich würde so gern mehr über dich wissen. Wie viel Zeit verbringst du mit mir? Und ich habe da einen Bibelferst, den finde ich einfach bombastisch. In Epheser 5, Vers 14 steht, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Böse und kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Die arbeiten gegen dich. Weil das Einzige, was Zeit nicht kann, ist zurückgehen. Das heißt, das ist der erste Punkt, ist so, wach auf, oder? Wach auf. Warum? Weil viele schlafen. Ich glaube, ganz viele sind hier und die pennen einfach. Die schlafen durch ihr Leben. Wach auf. Wach auf. Wach auf und erkenn, wer der Herr über deine Zeit. Wie hast du dich entwickelt im letzten Monat? Im letzten Monat solltest du schon die Entwicklung sehen. Wenn nicht, Stillstand ist Rückschritt. Wie kriegst du dein Leben auf die Kette? Wach auf. Werd dir bewusst, hey, fang selber an, die Gewohnheiten zu bauen neu. Und dann der nächste Schritt ist ja, steh auf. Erst wach auf, der du schläfst. Und ich sehe, das ist ein Punkt, wo ganz viele Christen sind so, sie sind aufgewacht, aber stehen nicht auf. Sie sind im Snooze-Modus, oder? Im Schlummer-Modus. Und ich stehe auf, ich wach auf und ich liege noch chillig im Bett. Ja, kennen wir das auch, oder? Und darum steh auch auf. Ja, so, keine Ahnung, so viele irgendwie wachen auf und denken, oh, das ist aber schlecht. Aber steh nicht auf und dann nehmen da dran was. Oh, meine Ernährung ist so schlecht. Ja, dann steh auf und mach was dagegen. Oh, meine Finanzen sind im Chaos. Ja, dann steh auf und mach was dagegen. Es gibt 100.000 Bücher, wenn du dich selber weiterbilden willst, und in der Kirche, wo die auch noch Menschen sind, die dir helfen. Steh auf, nimm dein Stolz auf die Seite und sag, hey, und jetzt stehe ich auf. Du bist vielleicht aufgewacht, liegst da im Bett Sonntagmorgens und denkst, aber steh nicht auf, weil du keinen Bock hast auf Kirche. Ja, dann steh auf, komm mal. Und dann geht es eben weiter, so dieses, ja, so sehnen und sorgfällig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und das ist so ein Schlüssel, dass wir als Weise leben, dass wir Weise leben, dass wir weise Entscheidungen treffen. Was ist Weisheit? Weisheit ist nicht, ich verstehe viel. Weisheit ist Anwendung. Weisheit ist angewandtes Wissen. Weisheit ist angewandtes Wissen. Weisheit ist nicht, boah, ich verstehe es voll. Nee, Weisheit ist angewandtes Wissen. Wir sind so unglaublich überqualifiziert, wenn du eine Weile in der Kirche warst, vom Wissen her. Zumindest, wenn du in meinen Predigten drin sitzt. Sowas von überqualifiziert, ja. Diese Predigt heute kann dein ganzes Leben rocken. Okay, also wir wissen so unglaublich viel, aber es geht nicht darum, dass ich schlau werde, sondern dass ich weise werde. Es geht nicht darum, dass ich mehr weiß, sondern dass ich mehr weise. Der war jetzt echt gut, der war spontan. Okay, der war jetzt echt gut. Wow, das schreibe ich mir auf. Sieben, schreibe ich mir auf. Okay, also, hey. Ich sehe so, du brauchst nicht mehr Info über deine Veränderung. Oh, wie kann ich das angehen? Nee, hey, wir brauchen wirklich mehr, mehr... Wir brauchen mehr Gewohnheiten. Wir brauchen mehr neue Muster. Ich brauche nicht mehr Infos über eine Sache. Weil sonst wäre spätestens seit dem Internet jeder Multimillionär, hypererfolgreich, geiler Body, perfekte Familie und ein Hyperchristerweckungsprediger. Spätestens seit dem Internet. Spätestens seit die Eistir-Fillingen-Predigtor. Also, hey, wir brauchen wirklich neue Gewohnheiten, Weisheit anzuwenden. Und dann ist eben der letzte Teil vom Vers, und kauf dir die Zeit aus. Denn die Tage sind böse. Kauf die Zeit aus. Wie kaufst du deinen Tag aus? Wie kaufst du deine Zeit aus? Und so sehe ich einfach so zwei Prinzipien, einfach da ein bisschen Bewusstsein zu kriegen, was schlechte Zeitplanung mit deinem Leben macht. Schlechte Zeitplanung erstens fördert deine Schwächen. Wenn du keine Zeitplanung... Vielleicht hast du nicht mal eine Zeitplanung. Vielleicht hast du nicht mal einen Kalender. Dann wäre heute dein absolut erster Schritt, während der Predigt noch einen Kalender runterzuladen und anfangen zu pflegen, sobald die Predigt vorbei ist. Und weil dein Kalender zeigt dir, wer du bist. Ich bin gerne auch in Coaching-Gesprächen, frage ich die Leute, zeig mir mal deinen Kalender. Und dann sehe ich den Kalender und sage dir, du hast doch die Lösung. Dein Kalender ist die Lösung. Schreib es rein, setze Priorität rein. Oh, ich schaffe es irgendwie nicht so. Ja, dann schreib es dir rein. Dann wirst du verpflichtet, dafür das zu machen. Es fördert deine Schwächen. Ja, weil unkontrollierte Zeit fließt immer in deine Schwächen. Unkontrollierte Zeit fließt immer in unsere Schwächen. Unsere Stärken fokussieren. Aber unkontrollierte Zeit, wenn ich keine Zeitplanung habe, wenn ich eine schlechte Zeitplanung habe, fließt immer in deine Schwächen. Ja, so dann geht es ins Netflix, ins whatever, keine Ahnung, für Sachen, das ist immer das dumme, dasselbe Beispiel. Ist ja auch egal. Ist ja auch nicht irgendwie, dass Netflix immer böse ist. Ich gucke es ja auch gerne mal Filme. So ist es ja nicht. Also, und wenn ich das... Und so im Prinzip ist es auch so, Ja zum einen ist immer ein Nein zum anderen. Ja zu eins, Ja zu dieser Sache, ist immer ein Nein zu der anderen Sache. Ein Ja zu diesem geilen Burger ist immer ein Nein zu den abgebauten Kalorien. Ein Ja im Bett liegen zu bleiben, ist immer ein Nein zur Bibel lesen. Ist ein Nein zum in die Kirche gehen, ist ein Nein zum Beten, ist ein Ja zum Heimkommen und erst mal eine Stunde eine Serie zu gucken, ist ein Nein zu einer qualitativ hochwertigeren Ehe. Ja zum einen, ist immer ein Nein zum anderen. Darum das fördert nämlich deine Schwächen. Zweitens, schlechte Zeitplanung fällt der Notlage zum Opfer. Wenn der Not... Oh, jetzt kommt das plötzlich, dann renne ich halt hinterher. Ja, ich renne nur hinterher, wenn ich nichts anderes habe. Ja, das sind ja so Notfälle eigentlich, da haben wir immer plötzlich Zeit dafür. Und ich sage dir eins, in deinem Leben kann alles wie Notfall wirken, wenn du es nicht geplant hast. Und wenn du es geplant hast, dann kannst du auch sagen, nee, geht nicht. Ja, so ich bin leidenschaftlich passt, durch liebe Menschen zu unterstützen, zu helfen, aber ich kriege auch manchmal Anrufe und so, ey David, wir müssen uns unbedingt sofort treffen. Und ich sage, okay, was gibt es? Ja, dies und dies und das Problem. Und dann frage ich so, okay, seit wann hast du das Problem? Ja, schon länger, aber jetzt ist es so voll krass geworden, bewusst gerade eben. Und ich sage, okay, dann ist es ja schon länger. Das heißt, hey, aber ich habe gerade meine Zeit geplant. Nicht jetzt. Ich falle nicht der Notlage zum Opfer. Wir können mal anders treffen. Ich kann nicht an jemanden vermitteln zum Treffen. Warum? Weil das Problem von der Person wichtig ist. Aber wenn ich nichts mehr geben kann, wenn ich kaputt gehe, dann ist auch keinem geholfen. Oder? Genauso, oder? Auch beim WhatsApp-Nachrichten. WhatsApp-Nachrichten, da fällt mir auch oft der Notlage zum Opfer. Wenn jemand schreit und schreibt noch zehn Fragezeichen, weil du innerhalb von fünf Minuten nicht zurückschreibst, dann gibt es einen ganz leichten Tipp. Mach deine Benachrichtigung vom WhatsApp aus, das habe ich, und WhatsApp auf die letzte Seite von deinem Homescreen zu setzen. Ja, nicht auf der ersten Seite, sondern auf die letzte Seite einfach zu setzen. Dann kriegst du die Benachrichtigung gar nicht aus, wenn du dich entscheidest, ins WhatsApp zu gehen. Darum brauchst du immer manchmal fünf Tage zum Nachrichten antworten. Ist blöd, aber ist halt so. Warum? Weil mein Leben wichtig ist, dass ich das auf die Kette kriege. Weil ich sage, ich muss manchmal Prioritäten setzen. Darum eine Frage, womit würdest du deine Zeit verbringen, wenn Gott darüber bestimmen würde? Womit würdest du deine Zeit verbringen, wenn Gott darüber bestimmen würde? Das ist eine Frage zum Mitnehmen. Auf jeden Fall, der Kalender ist das wichtigste Werkzeug, wenn es darum geht, der Mensch zu werden, der du werden möchtest. Das hat erlässt du letzte Woche so cool gesagt, würde ich auch dieses. Es geht nicht darum, was möchtest du erreichen, sondern wer möchtest du werden? Und diese Frage hat ganz viel von meinen Lebensprinzipien verändert. Wo ich sage, nicht Ziele, 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 weil sonst laufe ich aufs Ziel hin und wenn ich es erreicht habe, falle ich wieder in alte Gewohnheiten. Mein Ziel ist, jemand anderes zu werden, mich zu verändern, zu wachsen und das bedeutet dann auch, dann bleibe ich auch drin, dann bleibe ich auch dran. Darum planst du den Kalender ein und ich sage dir auch manchmal, wenn du da was Neues startest, dann heißt es ein bisschen radikalere Zeitplanung. Ich habe zum Beispiel, ich habe immer wieder Phasen, wo ich in meinem Leben wieder neue Dinge sortiere, dann nehme ich mein Handy und ich schreibe da jedes Kack-Ding drauf. Ja, ich habe da wirklich, ich habe das Essen eingetragen, wann ich esse, weil ich merke, manchmal vergesse ich das Essen einzutragen und dann merke ich plötzlich am Tag, oh, ich habe vergessen, mir Essen einzuplanen und dann fehlt mir plötzlich am Ende die Stunde vom Tag und bin voll am Ende am Abend. Das ist einfach nicht gesund. Darum trage ich mir dann sowas ein. Ich trage mir ein, wann habe ich Zeit mit Gott, ich trage mir ein, wann gehe ich Sport machen. 16 Uhr fast an jedem Tag, bin mit meinem Handy, eine Stunde Sport. Wie kannst du dir den Luxus nehmen? Ich nehme mir einen einfach. Weil wir haben keine Zeit, wir nehmen sie uns. Zeig mir deinen Kalender und ich sage dir, wer du bist und ich sage dir, wer du werden wirst. Zweitens, Bewusstsein entwickeln durch Aufschreiben. Bewusstsein entwickeln durch Aufschreiben. Wir denken immer, wir wüssten, was läuft. Wir denken immer, oh, ich weiß ja doch, wie ich mich entwickle, ich weiß ja doch, wie viel ich esse, ich weiß, wo mein Geld hinfließt, ich weiß ja, wie ich Zeit mit Gott verbringe. Aber ich sage dir, das weißt du gar nicht. Das weißt du überhaupt nicht. Ich habe Ende letzten Jahres Kontakt aufgenommen mit, genau, das ist ein Bekannter aus Amerika, quasi ein Fitnesscoach, ein Model und habe ihm geschrieben und so, ey, ich brauche ein bisschen Coaching, so einfach so im Thema auch so Ernährung und sowas. Und er, und hättest du mal Termin Zeit? Und er so, ja, aber fotografiere mir einen Monat mal alles ab, was du zu dir nimmst. Und ich sage, das ist doch kein Coaching, ich will jetzt mal mit dir reden und wissen, was ich ändern soll. Und er so, nee, fang einfach mal an, jeden Tag jedes Ding, das du dir in den Mund stopfst, abzufotografieren und mir zu schicken. Und er hat die Nachrichten nicht mal gelesen. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, ja, warum mache ich denn das? Und er so, ja, weil du bewusst werden solltest darüber, was du zu dir nimmst. Und das Witzige war, irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr, Dinge zu essen, weil ich keinen Bock hatte, jedes Mal mein Handy rauszuholen. Ja, hier eine Schokolade, hier ein Gummibär, und das Witzige ist, und was er als einziges Ding gesagt hat, was ich machen soll, hat er gesagt, jeden Morgen, wenn du aufstehst, presst eine Zitrone aus und habe mir dann erklärt, warum und dass ich sie trinken soll. Und ich so, okay, mache ich halt mal, ja. Habe ich angefangen, jeden Morgen nach dem Duschen Zitrone trinken und habe mir dann noch erklärt, warum Vitamine, es bringt den Stoffwechsel in den Gang, der ganze Wasserhaushalt im Körper wird dadurch reguliert, der Körper wird basisch eingestellt und so weiter und so fort. Das ist cool, ja. Das habe ich angefangen zu machen und das Witzige ist, diese Gewohnheit hat bei mir dann etabliert, dass ich einen viel gesünderen Lebensstil bekomme. Dass ich dann schon, meine erste Gewohnheit am Morgen ist, auf Gesundheit zu programmieren. Das ist einfach eine Gewohnheit, die ich mache und das ist einfach quasi durch ein Aufschreiben gewesen. Und dann hat er mir irgendwann gesagt, ja, eigentlich ist es nur ein Trick, dass du anfängst, über neue Gewohnheiten, über das Essen nachzudenken, dass ich das direkt am Morgen mit dir mache und ich so, ja, aber es ist trotzdem geil, mache ich immer noch, weil es da wirklich gesund ist und wirklich auch stimmt die Sachen. Das heißt, du wirst nie merken, was für Muskel du hast, wenn du nicht anfängst aufzuschreiben. Darum fang jetzt nicht an, alle 20 Lebensbereiche aufzuschreiben und zu sagen, ich möchte das, 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 das ändern, sondern fang an, eine Sache rauszusuchen. Ich möchte meine Finanzen in den Griff kriegen. Dann fang an, jeden einzelnen Cent, den du ausgibst, aufzuschreiben. Jetzt haben Sarah und ich am Anfang gemacht, dass ich einen 450-Euro-Job hatte, Sarah Studentin war und ich auch noch studiert habe und Gemeinde gegründet habe und wir eine Wohnung und ein Auto hatten und irgendwie über die Runden kommen sollten quasi, wir haben jeden einzelnen Cent aufgeschrieben, dass wir so ein Gut, wir haben dann angefangen, mit dem Gehalt Geld zu sparen. Okay, dann hat Sarah ein Stipendium gekriegt, das ist dann, Dinge haben sich entwickelt, aber wir haben von, im Vergleich so wenig gelebt, aber wir haben Bewusstsein gehabt und jeder Cent bewusst gehabt, wo geht was rein. Wir hatten Bewusstsein und dann könnten wir Herr über die Sache werden. Darum wirklich möchte ich dich ermutigen. Zum Beispiel schreib dir auf, wenn du sagst, ich möchte in meine Gottesbeziehung weiterkommen, schreib mal drei Wochen lang auf. Jedes Mal, wenn du irgendwie nur an Gott denkst, wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn du Bibel liest, wenn du betest, wenn du in die Kirche gehst, wenn du in die Small Group gehst, was auch immer, schreib es dir einfach auf. Einfach notieren. Tag, auf dem Handy, Notizbuch, wie auch immer. Gesundheit, genauso, einfach mal aufzuschreiben, alles auf. Und du wirst merken, hey, da wird sich was verändern. Also such dir einen Punkt raus, wo du die Veränderung möchtest. Was du tust und was du vielleicht auch tust, was dich abhält, könnte auch noch ein guter Tipp sein. In Psalm 90, Vers 12 steht, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Ich finde es so gut. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, da wir unsere Tage weise nutzen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir wirklich bewusst sind, Mann, hey, ich bin jetzt 27 und mir kommt es vor, als ob ich irgendwie gerade erst irgendwie geboren bin. Ja, und irgendwie bin ich trotzdem schon 27. Und das Leben geht so schnell rum. Wahrscheinlich sagen es alle anderen auch, das Leben geht mega schnell rum. Und darum, die Tage sind so kurz. Ein Jahr geht ruck, zuck, wiederum ist schon wieder ein Zwölftel vom Jahr rum. So krass. Darum lasst uns bewusst werden, was wir da machen können. Bewusstsein entwickeln und das ist einfach ein Tipp, ganz praktisch, einfach mal aufschreiben. Ich bin der Überzeugung, viele kommen nicht in ihre Berufung hinein, weil sie nicht auf die Kette kriegen, die Muster zu bauen, die sie dafür brauchen. Das hört sich jetzt brutal hart an. Ja, aber wenn Gott die Überzeugung für mich hat, sage ich, ja, aber es ist immer so ein Zwei, es ist wie zwei Gleisen, oder so. Ich vergleiche es immer mit so einer Eisenbahnschiene, so das eine ist sozusagen die Schiene von Gott und das andere ist die Schiene von dir, den Schritt, den du machst. Und der Zug fährt nur, wenn beide Schienen da sind. Du kannst nicht sagen, ja, Zug fahr doch mal auf der einen Schiene, das ist doch auch cool. Ja, darum würde ich diesen Schritt machen. Und es hat nichts mit geistigem Kampf oder was auch immer zu tun, sondern einfach mal wirklich Verantwortung zu übernehmen. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Lerne eine kleine neue Gewohnheit. Und das eine, kursiv geschrieben, weil ich genau das meine, eine kleine neue Gewohnheit, eine einzige und eine kleine. Zeitfaktor soll maximal 15 Minuten von deinem Tag einnehmen. Ich habe zum Beispiel jetzt von einem gelesen, er hat 100 Kilo abgenommen, weil er als Gewohnheit gesagt hat, er muss Sport anfangen zu machen. Und dann hat er gesagt, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio, aber trainiere nicht. Weil er sagt, seine Gewohnheit, ins Fitnessstudio zu gehen, das war das Wichtigste, was gebaut werden musste. Und dann ist er jeden Tag ins Fitness gefahren, ist reingegangen und ist wieder rausgegangen. Und dann hat er gesagt, dann hat er angefangen, fünf Minuten zu trainieren, umzuziehen, fünf Minuten auf den Stepper wieder runtergehen. Dann hat er gesagt, irgendwann zehn Minuten draus. Und irgendwann, und er ist jetzt fit. Geil, oder? Gewohnheiten zu prägen, quasi einfach mal da zu sein. Das ist auch die Gewohnheit, in die Kirche zu gehen, ist einfach wichtig, da zu sein. Wie sollst du dich entwickeln, wenn du nicht da bist? Wie sollst du fit werden, wenn du nicht anfängst, aufzutauchen? Und das Ding ist einfach, bei Gewohnheiten, alles, was wir tun, ist gelernt. Das ist nicht angeboren. Dass du deinen Schuh bindest, das ist witzig. Probier mal zum Beispiel den anderen Schuh, wenn du runter gehst zum Schuh, ich binde immer zuerst meinen linken Fuß, meinen linken Schuh. Und wenn ich anfange, meinen rechten Schuh zuerst zu binden, das fühlt sich mega komisch an. Also ich bin links Fuß und sowas, und dann irgendwie, wenn man im Schuhladen ist, so Leute bringen dir einen rechten Schuh. Ich so, hä? Das ist irgendwie voll komisch. Das sind Gewohnheiten, die haben wir uns geprägt. Das sind tausende Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben. Ja, und das meiste, was wir normalerweise tun, das ist kein Ergebnis von bewussten Entscheidungen, sondern Ergebnis von Gewohnheiten. Dass du halt heimkommst und dann halt zuerst die Glotze anmachst, ist eine Gewohnheit. Dass du aufstehst und was du dort machst, ist eine Gewohnheit. Und das prägst du mit der Zeit und je mehr du diese Gewohnheit, dieses Verhaltensmuster lebst, umso mehr wird es eine Gewohnheit. Da werde ich wahrscheinlich in zwei Wochen drauf gehen, wie präge ich aktiv Gewohnheiten und wie breche ich aktiv Gewohnheiten. Boah, das ist ein cooler Titel. Wie präge und breche ich Gewohnheiten. Das hört sich gut an. Den könnte ich nehmen. So, Und ich möchte ein kleines Beispiel nennen, so, oder eine kleine Geschichte. Das ist ein Mann, der sitzt auf dem Pferd. Oder? Und der galoppiert richtig schnell und dann fragt ihn dann, boah, wo muss das so schnell hin? Und er hat keine Ahnung, fragt das Pferd. Wie geht, so geht es doch uns so oft im Leben, oder? Ich sitze irgendwo auf diesem scheiß Pferd und es galoppiert irgendwo hin und ich sitze halt drauf und denke so, boah, wo geht es eigentlich mit meinem Leben hin? Überrasch mich, Leben. Nee, dass wir mal dieses Pferd mal zügeln und mal sagen, und da geht es hin. Come on. Ja? Also. Da noch ein guter Satz. Du bekommst, was du wiederholst. Du bekommst, was du wiederholst. Lerne eine kleine neue Gewohnheit und du bekommst, was du wiederholst. Ja? Ich vergleiche noch zehn Sekunden, noch richtig praktisch. Und zwar, ich sehe so, wir verwechseln häufig Bewegung mit Fortschritt. Wir verwechseln Bewegung mit Fortschritt. Ich denke, boah, ich bin ja in Bewegung, aber du bewegst dich gar nicht vorwärts, sondern bewegst dich einfach so ein bisschen so im Ding rum. Darum, wie kannst du in Fortschritt kommen, nicht nur beschäftigt sein? Auch in Kirche sind wir so häufig beschäftigt mit irgendwas, aber kommen nicht voran. Dann wäre es wichtig, mal irgendwelche dummen Sachen zu lassen, um mal voranzugehen, oder? Ja, zu fokussieren, was möchte ich, wo möchte ich hin? Und das sehe ich so, das ist so wichtig, so eine kleine Sache. Und da noch eine Frage, wer wurde schon mal von einer Mücke gestochen? Komm, richtig Hand hoch. Und wer wurde schon mal von einem Elefant gebissen? Das wäre jetzt krass, ey. Also, die kleinen Dinge machen den Unterschied. Die kleinen Dinge haben den Einfluss. Die kleinen Dinge sind nervig. Die kleinen Dinge sind die Dinge, die den Unterschied machen. Und dann in Zacharia 4, Vers 10 steht, denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Sie alle sollen sich freuen, wenn sie den Schlussstein in Zerubabels Hand sehen. Ist natürlich völlig aus dem Kontext gerissen, aber ist trotzdem ein geiler Vers dafür, ja. Genau. Das ist so das coole Bibelsurf, wenn man dann sucht, okay, was für ein Vers könnte man da nehmen? Dann sucht man noch die richtige Übersetzung, dass genau die Wortwahl ist. Aber hier, denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet, ja. Genau, also nehmen wir mal mit, das ist richtig gut. Also, ich muss die Dinge noch kurz runterrasieren, ich bin fast fertig, ja. Also erstens, was wichtig ist, bei Gewohnheiten zu prägen, ist erstens Klarheit. Erstens Klarheit, wann mache ich genau was? Ja, wann mache ich was? Als Beispiel bei mir, ich stehe auf und ich war im Snoozer. Darum habe ich, wir haben so eine Masonettwohnung, wir schlafen oben und ich habe unten das Handy platziert mit dem Wecker. Das heißt, ich muss erst mal die ganze Stufe runtergehen und dann den Wecker ausmachen und mittlerweile seit der Joas da noch pennt, dann will ich auch, dass der nicht aufwacht und dann renne ich runter und Handy aus und dann habe ich auch keine Lust mehr hochzugehen. Das heißt, ich gehe direkt in die Dusche. Dann habe ich mir angewöhnt, nicht nur zu duschen, sondern okay, was kann ich für gute Muster bei der Dusche prägen? Ja, ganz konkret, da habe ich gesagt, okay, bei der Dusche am Ende, ich bin ein mega Warmduscher. Also ich möchte irgendwie trotzdem was anders machen beim Duschen. Dann habe ich gesagt, okay, ganz am Ende dusche ich nochmal ganz kurz kalt. Ja, ganz kurz. Eine Sache etabliert, eine Gewohnheit geprägt, wo ich sage, das mache ich einfach. Dann habe ich mich immer aufgeregt, Bad putzen hasse ich. Dann habe ich gesagt, wie kann ich da entgegenwirken? Ich habe gesagt, okay, wenn ich eh schon in der Dusche stehe, eh schon ein Handtuch in der Hand habe, kann ich doch noch kurz die Armaturen abtrocknen. Das heißt, das mache ich schon seit ein paar Jahren. Ja, das ist wirklich geil. Weil ich sage, ich habe einfach keinen Bock, die Dusche zu entkalten. Ja, und die Wände, das fällt gar nicht groß auf, wenn die dreckig sind. Egal. Also, einfach drüber beten und dann passt das wieder. Also, ganz konkret. Und dann ist es bei mir, dann komme ich aus der Dusche raus, dann mache ich irgendein Mittel in meine Haare wegen meinem Haarausfall. Und dann gehe ich in die, dann gehe ich in die, und dann muss es erst mal trocknen und einwirken. Dann gehe ich in der Zeit, gehe ich dann in die Küche und nehme mein Glas und mache dann die Zitrone rein. Ich scheibe zuerst drei Scheiben ab, weil ich hier, sorry, ich bin gleich wieder auf der Bühne, weil ich hier diese schöne Flasche habe. Heute habe ich woanders übernachtet, darum ging es nicht. Und mache hier drei Scheiben Zitrone rein in meine Flasche, dass ich am ganzen Tag dann Wasser habe, ja. Und dann den Rest der Zitrone drücke ich ins Glas und trinke es. Dann gehe ich wieder ins Bad und da bin ich jetzt gerade dran, dass ich da eine neue Gewohnheit etabliere, meine Haare zu machen und dann direkt danach, dass ich dann ein Kapitel in der Bibel lese. Das habe ich jetzt eine Weile gemacht und das ist richtig cool, wo ich sage, ich habe eine Gewohnheit, dann verbinde ich es einfach mit einer Gewohnheit, die ich habe, oder? Sozusagen einfach das zu etablieren. Das heißt, der nächste Schlüssel bei Gewohnheiten ist, verbinde es mit einer Routine, die du eh schon hast. Verbinde es mit was, das du eh schon machst. Ja, verknüpfe deine Routine mit einer neuen Zusatzroutine. Zum Beispiel, nachdem ich esse, nachdem ich das Besteck oder das Geschirr in die Geschirrspülmaschine geräumt habe, danach bete ich zehn Sekunden mit meiner Frau. Whatever. So, nachdem ich Zähne geputzt habe, das habe ich zum Beispiel auch, Zähne putzen, ja, dann habe ich, ich wollte immer so mal Vitamine und Mineralien, ein bisschen was zu mir nehmen, ja, dass ich mehr Döner essen kann und es okay ist. Und dann, und dann habe ich daneben meine Zahnbürste, habe ich jetzt so drei Arten, so Vitamine und so Dinger da gelegt. Die ich einfach dann, wenn ich Zähne putze, nehme. Seither denke ich dran. Ja, seither mache ich das. Eine neue Disziplin gibt, eine neue Gewohnheit geprägt. Ja, so zum Beispiel, hey, nach dem Kaffee trinken morgens lese ich ein Bibelfers. Nachdem ich Zähne geputzt habe, setze ich mich hin und schreibe einen Satz Tagebuch. Na, whatever. So was. Da gibt es so viele Ideen, die man haben könnte. Ja, so, hey, darum einfach möchte ich ermutigen, da wirklich zu überlegen, wie kannst du das, was ganz klar, was ist ganz klares Ziel, so dieses, wenn ich den Laptop schließe, mache ich zehn Liegestützen. Nicht, ich mache vor dem Mittagessen zehn Liegestützen. Vor dem Mittagessen passiert es nämlich nicht. Du musst sagen, wenn ich den Laptop zumache, dann mache ich zehn Liegestützen. Oder du musst sagen, hey, wenn ich aufstehe vom Tisch, dann mache ich dies oder das. Nachdem ich die Zahnbürste wieder in das Ding gesteckt habe, dann mache ich dies oder das. Ja, einfach ganz konkret zu werden und dann es verbinden. Genau. Ich bin sofort fertig, ich bin schon auf meine letzten paar Sachen. Andere Gewohnheiten, die ich mir etabliert habe, ist regelmäßig Tagebuch zu schreiben. Montags sehr aktiv. Montags ist mein Tag, da schreibe ich auf jeden Fall. Das ist für mich gar keine Option. Immer Tagebuch zu schreiben. Warum? Weil ich muss doch verarbeiten, was ich mit Gott erlebe und verfolgen, wie ich mich entwickelt habe und dort neue Ziele zu stecken. Ich muss es aufschreiben. Ja, so zum Beispiel, ich habe eine Gewohnheit, keine Softdrinks seit einer Weile jetzt. Und das ist richtig cool. Keine, keine, keine irgendwie süßen Getränke. Warum? Weil es eh nur Gift und Kacke ist. Ja, das reg ich zwei Wochen auf und ab dann ist es cool. Ja, neue Gewohnheit zu prägen. Eine Gewohnheit, meinen Zehnten in die Kirche zu spenden, ist eine Gewohnheit. Warum für meine Finanzen? Ja, eine Gewohnheit ist, finanziell Rücklagen zu bilden. Ja, so wir haben, seit Sarah und ich uns noch wieder neu fokussiert haben, Dinge aufzuschreiben. Wir haben, wir haben so einen Finanzcheckup so vor einem Jahr gemacht und haben alles untersucht und aufgeschrieben nochmal, so was wir wie, wo, wo ausgeben. Und seit wir das machen, haben wir gesagt, okay, wir haben eine riesen Schwarzzahl im Monat, wo quasi irgendwo ausgegeben wird, wo wir nicht im Griff haben. Die wollen wir in den Griff kriegen. Und seit wir das machen, sparen wir 500 Euro mehr Ausgaben, als wir vorher gemacht haben. Einfach durchs Aufschreiben, durchs Genaubeobachten, durch genau das. Wenn du sagst, ich habe nicht genug Geld, ich komme nicht über die Runden, dann schreibst du auf, du kommst auch mit fast nichts hin. Ja, also wirklich, hey, ganz konkret zu werden, ganz neue Gewohnheiten zu prägen. Ja, so eine weitere Gewohnheit ist, abends fängt der Morgen an. Dein Morgen fängt nicht am Morgen an, sondern das hebräische Denken ist, der Abend fängt, ist der Anfang von morgen. Abends fängt der Tag schon an. Das heißt, ins Bett gehen, eine Schlafenszeit, ist Vorbereitung für deinen Tag. Es ist nicht so zu sagen, boah, ich bin so cool, ich komme mit so wenig Schlaf, klar kommst du nicht. Vier Prozent der Menschen kommen nur mit weniger Schlaf aus. Also egal. Priorität, immer in die Kirche zu gehen. Bei mir eine Gewohnheit, ein englisches Buch pro Monat. Weitere Tools, die ich mir etabliert habe. Mein Homescreen ist sauber, hat nichts mit irgendwelchen Messenger-Sachen zu tun. Mein Homescreen ist so Sachen, hier auf dem Handy, wie Bibel-App, wie, keine Ahnung, hier Podcast-App, wie meine Notizen, wie Fotos, und so weiter und so fort. Warum? Weil ich mich nicht ablenken lassen möchte, weil ich habe die Gewohnheit, mein Handy ständig zu entsperren am Tag. Und dann gucke ich drauf und denke, boah, mega langweilig und mache es wieder aus. Ja, und ich habe dann meistens keine Lust, dreimal meinen Finger zu krümmen und dann im Dings da zu sein, ja, auf dem dritten Screen. Dann lasse ich es lieber gleich, ja, dann gehe ich erst gar nicht so viel ran. Zum Beispiel such dir einen Tag, wo du dein Handy ausmachst. Oder es gibt auch so ein cooles Prinzip, wo du sagst, okay, abends, wenn ich heimkomme, lasse ich mein Handy im Auto. Sehr gute Gewohnheit, mache ich auch manchmal. Zwar nicht immer, aber ich möchte da vielleicht mal hinkommen. Sport, Ausgleich, mindestens dreimal die Woche. Montags ist mein Handy off. Ich führe eine gute To-Do-Liste, wo ich alles gleich aufschreibe. Dann habe ich meinen Kopf frei. Ganz konkrete Action-Steps vielleicht für dich. Such dir eine ganz konkrete Gewohnheit, die du umsetzen möchtest und brech sie runter, wirklich ganz, ganz, ganz klein, wenn das Minimale ist, ganz, ganz, ganz klein. Weil die kleinen Dinge machen den Unterschied. Wenn du jeden Tag nur ein Prozent verbesserst, ist es am Ende brutal viel. Ja? Zum Beispiel, ganz konkret für dich, wenn du ein Anliegen hast, für Menschen in deiner sozialen Kompetenz zu wachsen, dann fang an, eine Wertschätzung pro Tag zu machen. Zum Beispiel bei der Arbeit, jemandem eine Blume zu bringen. Oder zu sagen, jeden Tag möchte ich einen bei mir bei der Arbeit, nee, ermutigende Notiz schreiben. Was machst du dann? Bevor du abends von der Arbeit heimgehst, legst du einfach einen Block mit Karten auf deine Tastatur oder wo auch immer deinen Arbeitsplatz und dann denkst du am Morgen schon dran, das dann gleich zu machen. Als Beispiel, ja, so über die Entscheidung, jeden Tag ein bewusstes Kompliment jemandem zu schreiben, zu Sprachnachrichten, zu whatever, ja, an die Wall zu posten, dann, du möchtest organisiert werden, dann fang an, morgens das Bett zu machen. Das haben wir jetzt mit Matze, oder Matze, hat sie gesagt, hey, er möchte organisiert werden. Seit einem halben Jahr macht er jeden Morgen, steht er auf und macht das Bett. Das ist als Junggeselle ziemlich geil, wenn es jemand macht. Ja, come on, hey. Ja, so zum Beispiel Gewohnheit, ich möchte organisiert werden. Okay, mein Frühstück, wenn ich gefrühstückt habe, räume ich es nicht in die Küche, sondern in die Spülmaschine. Eine kleine, die Mama, hey, come on, eine kleine Gewohnheit, minimal, aber es macht so viel aus in deinem Kopf. Ja, so, keine Ahnung, ich komme heim und lege den Schlüssel und lege den Schlüssel, äh, nicht irgendwo hin, ja, so, ich habe ein, ich möchte ein göttliches Vorbild für mein Kind sein, hey, dann lese ich jeden Morgen einen Vers beim Frühstück in der Familie vor, zum Beispiel. Ja, warum nicht sowas? Ganz einfach, ganz kleines Ding. Das ist die Gewohnheit, das bei Sarahs Familie, ihr Vater jeden Morgen, wenn man am Frühstückstisch sitzt, holt ihr dann das Losungsbuch aus und liest die Losung vor und ist so, ist jetzt nicht das, was ich jetzt so machen würde in erster Linie, aber es ist eine krasse Gewohnheit. So, ja, du möchtest ein fokussierter Mensch werden, dann macht ihr eine Liste, jeden Morgen mit drei Prioritäten, die du an einem Tag erledigen möchtest. Du möchtest gesünder werden, keine Software, whatever, diese ganzen Sachen, ja, also darum, meine große Frage ist, wer möchtest du werden? Dann krieg dein Leben auf die Kette und geh es an. Yes? Okay, jetzt habe ich mega überzogen, aber ich fand es doch noch geil, das noch zu machen. Okay, hey, ist gut, lass uns mal aufstehen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Genau, mein Anliegen ist, wer möchte ich werden? Ich möchte Jesus immer ähnlicher werden. Das heißt, mein ganzes Leben soll ihm immer ähnlicher werden. Das heißt, mein ganzes Leben soll, soll mehr auf die Kette kommen, auf den Weg, den Gott für mich hat. Und das ist meine tiefste Motivation, warum ich das machen möchte, warum ich diese Dinge trainiere, warum ich ranwachsen möchte. Und darum möchte ich dich auch einladen, hey, wirklich auch Jesus da reinzunehmen und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dir immer ähnlicher werden. Was ist die Gewohnheit, die ich prägen sollte, um da neu reinzukommen, in was Neues zu kommen, in ein neues Level zu kommen, in die Berufe zu wachsen. Das werde ich noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du da bist. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst und dass du jeden Einzelnen einfach berührst und dass du mit deiner Liebe auf jeden Einzelnen einfach kommst. Und ich bete, dass wir die Verantwortung nicht abschieben auf dich, sondern dass wir sie annehmen für unser Leben. Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt den Fokus schenkst, wirklich diesen Schritt zu gehen. In Jesu Namen. Amen. zu contributions oder zu guer ihm .